Hallo und ganz herzlich willkommen. Das Video heißt Salze, Einführung. Unter Salz versteht man gewöhnlich Kochsalz. Aber es gibt viele Salze. Schauen wir uns einige Salze einmal an. Die Salze, die wir sehen, sind ausnahmslos fest. Es sind meistens Pulver. Viele Salze sind weiß. Aber es gibt auch rote, blaue, grüne und sogar schwarze Salze. Obwohl so verschieden vom Äußeren, haben die Salze viele gemeinsame Eigenschaften. Achtung, bei den Eigenschaften, die ich nennen werde, gibt es natürlich Ausnahmen. Salze sind nicht brennbar. Sie sind faul, chemisch inaktiv. Fast alle sind fest. Es sind Pulver. Häufig trifft man Salze in Kristallform an. Salze sind hoch schmelzende Verbindungen. Salze sind häufig wasserlöslich. Salze sind zerbrechlich. Man sagt auch spröde. Salze leiten häufig den elektrischen Strom. In der Schmelze oder in der wässrigen Lösung. Sind Salze gefährlich? Die meisten Salze sind neutral. Solche Verbindungen sind nicht ätzend. Es gibt aber auch saure Salze. Und genauso sind basische Salze bekannt. Saure und basische Salze sind ätzend. Die meisten Salze sind ungiftig. Ungiftig habe ich in Anführungsstrichen geschrieben. Denn wie sagte schon Paracelsus? Auf die Dosis kommt es an. Man sollte sich merken, Farbige Salze sind giftig bzw. schädlich. Das ist so ähnlich wie bei den Fliegenpilzen und Giftfröschen. Interessant sind auch die schwerlöslichen, besonders die praktisch unlöslichen Salze. Wir merken uns, schwerlösliche Salze sind ungiftig. Ganz wichtig zum Lernen ist die Zusammensetzung der Salze gut zu kennen. Für die Zusammensetzung der Salze können wir uns merken. Der eine Hauptbestandteil sind die Metalle. Der andere Hauptbestandteil sind Nichtmetalle, außer Sauerstoff. Wichtige Nichtmetalle für die Salzbildung sind Flur, Chlor, Brom und Jod. Wir merken uns, Salze entstehen bei der Reaktion von Metallen mit reaktionsfähigen Nichtmetallen. Beispielsweise reagiert Natrium mit Chlor. Dabei entsteht Kochsalz. Das Metall Natrium reagiert mit dem Nichtmetall Chlor zum Salz Natriumchlorid. Das ist nämlich Kochsalz. Salze können auch anders entstehen. So, wenn eine Base mit einer Säure reagiert. Dabei entsteht ein Salz. Durch Reaktion der Base Natriumhydroxid mit Salzsäure entsteht das Salz Natriumchlorid. Dabei entsteht gleichzeitig Wasser. Salze bestehen aus positiv geladenen Metallionen und negativ geladenen Säurerestionen. Aus Flur, Chlor, Brom und Jod bilden sich die Ionen F-, Cl-, hier links, Br- und I-. Es gibt auch zusammengesetzte Ionen. Manchmal sagt man auch Molekülionen, wie diese. Sie enthalten Sauerstoff. Alleine Sauerstoff jedoch bildet keine Salze. Ein wichtiges Merkmal der Salze sind die Ionengitter. Die Metallionen, positiv geladen und Säurerestionen, negativ geladen, bilden Ionengitter. Diese bestehen aus sehr vielen Ionen. Daraus resultieren die Eigenschaften der Salze. Sie sind hochschmelzend. Im trockenen Zustand nicht Leiter. Und sie sind zerbrechlich, das heißt spröde. Ionengitter haben einen regelmäßigen Aufbau. Interessant ist die Verwendung der Salze. Salze werden als Arzneimittel verwendet. Man nutzt sie zum Bleichen von Naturstoffen. Sie dienen als Chemikalien. Man verwendet sie als Dünger. Salze sind Pflanzennährstoffe. Einige Salze sind Lebensmittelzusatzstoffe. Sie sind unabkömmlich für die Zellfunktion in Lebewesen. Manche Salze dienen der Desinfektion. Aus bestimmten Salzen kann man Sprengstoffe herstellen. Im Winter verwendet man Streusalz. Achtung, nicht alle Salze können alles. Das war ein weiterer Film von André Otto. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020